Erinnern Sie sich noch an Ihre Kindheit? Jeder Tag schienen Technicolor zu strahlen. Aber irgendwann wird man dann erwachsen. Und man fragt sich... Wie konnte es nur so weit kommen? Der ganze Zug ist leer. Setzen Sie sich doch woanders hin. Zum Glück habe ich das vor langer, langer Zeit erkannt. Schon die frohe Botschaft gehört? Oh nein, Em, ich bin... Ich wollte dich nur verarschen. Das Leben ist einsam und erbärmlich. Oh, du bist aber ein hübscher Hund. Ja, komm. Hey, sie, Wilson. Sie will jetzt losgehen. Eine Frau hat mich vor 17 Jahren verlassen. Au! Was hast du da drin? Jetzt blicke ich einfach nach vorn, suche niemand Neues. Nicht unbedingt Sie. Das hier ist sie. Wer? Wie scheint, hat Ihre Ex-Frau das Kind vor 17 Jahren zur Adoption freigegeben. Ich bin Vater! Ja! That's life! That's life! Wie konntest du mir verschreiten, dass wir eine Tochter haben? Was willst du von mir? Willst du sie dir gar nicht ansehen? Was willst du denn machen, sie stocken? Hey Claire, zum Fitnessstudio geht's da lang. Hey, lass ihr zuhören, wie ist meine Tochter. Wenn du dich fragst, wo die familiäre Ähnlichkeit geblieben ist. Sie war früher mal eine richtig fette Kuh. Meinst du, ich bin scharf darauf, Teil dieser kranken Pseudofamilie zu sein? Ihr beide seid so hübsch. Ja. Wir alle wollen von jemandem geliebt werden, weil wir so sind, wie wir sind. Also sollten wir das Beste aus dem machen, was wir haben. Oh Mann, ich glaub, ich hab mir in die Hose gemacht. Das ist ein vielsagendes Tattoo. Ach ja? Ja, weil es jegliche Argumentation im Keimer steckt im Sinne von, ich will ihren Job nicht. Ich will die scheiß Gesellschaft vernichten.